hochzeitsfotografie workshop du willst hochzeitsfotografie lernen dann bleibt jetzt auf jeden fall dran denn heute erkläre ich dir einen workshop der sich durchaus für dich lohnen könnte wenn du eben das ganze gebündelte wissen zum thema hochzeitsfotografie haben willst warum sich das vielleicht lohnen kann was du beachten solltest das alles wird in diesem video erklärt das angebot zum online workshop hochzeitsfotografie lernen verlinke ich dir auch unten in der video beschreibung kannst du bei interesse sehr gerne mal anschauen aber wir reden jetzt erstmal darüber worum geht es dir was ist hochzeitsfotografie warum könnte sich das lohnen also wie du dir schon denken kannst ist die hochzeit für viele paare der schönste moment vielleicht auf jeden fall in der beziehung vielleicht sogar im ganzen leben und an diesem tag wird meistens auch nicht so geizig auf das budget geachtet sprich ein hochzeitsfotograf kann definitiv gut verdienen wenn er sich gut präsentiert wenn er professionelle arbeit leistet und so weiter und so fort wenn du jetzt aber neu in dem bereich bist und ich gar nicht so richtig auskennst und ich fragst ja wie kann ich denn hochzeitsfotografie lernen ja naja eben mit so einem digitalen workshop wie ich finde zu einem definitiv fairen preis aber ob du das so siehst das sollst du alleine beurteilen ganz klar ich werde jetzt auch mal näher darauf eingehen was du hier genau bekommst du bereits gesagt angebot verlinke ich dir unten in der video beschreibung bei interesse einfach mal anschauen so digitaler hochzeitsfotografie intensiv workshop wenn du dein wissen hinsichtlich der hochzeitsfotografie aufs nächste level bringen möchtest ist dieser workshop genau der richtige für dich verkaufen ich nie wieder unter wert und fotografiere nur noch deine traumhochzeiten in diesem knapp fünf stunden langen workshop lernst du equipment was du tatsächlich braucht manuelles fotografieren lerne deine kamera kennen praxis live shooting so hier wirst du bei einem shooting von anfang bis ende mitgenommen und das ist richtig cool als schritt für schritt anleitung damit du auch selbst ein paar shooting rocken kannst also diese schritt für schritt anleitung anfang bis ende ist schon wirklich krass ja mit diesen tipps bekommst du immer authentische und natürliche fotos du wirst nie wieder das gefühl haben keine posen mehr zu kennen denn das besondere an dieser methode ist dass du keine echten posen vorgibst und du du und ein paar im flow sind außerdem werden die ergebnisse während des shootings in echtzeit angezeigt du wirst sehen dass so gut wie kein ausschuss entsteht und jedes bild für sich spricht dieses live shooting wird deine komplette arbeitsweise ins positive verändern paare werden gar nicht merken wie schnell die zeit vergeht außerdem wird dir hier noch einiges zur kundenbetreuung beigebracht denn es geht nicht nur um schöne fotos die kundenbetreuung ist auch unglaublich wichtig marketing und motivation bekommst du noch ein paar tools um dich perfekt zu positionieren denn heutzutage machen wir uns nichts vor es gibt ein mehr an fotografen und es wird sicherlich nicht weniger wie du dich da selbst optimal präsentieren kannst wird hier auch erklärt denn schöne fotos alleine reichen schon lange nicht mehr zielgruppenfindung wird dir hier auch beigebracht suche dir deine kunden aus begleite nur noch hochzeiten die du auch wirklich schön finde ist das ist das wichtigste ja dass alle da spaß an der sache haben weil sonst wird dir deine fotografie arbeit auch keinen spaß preisgestaltung wird dir hier beigebracht lightroom auch sehr wichtig das zu können photoshop bekommst du immer noch ein paar tipps und einiges noch mehr was du alles hier bekommst kannst du ja selbst doch nochmal in ruhe und frieden auf der angebotsseite von amazon durchlesen ich finde das ist für ein online workshop schon ein sehr starkes angebot dass du dir hier erwerben kannst du musst halt selbst wissen ob jetzt hochzeitsfotografie wirklich was ist was du langfristig machen willst wenn du langfristig machen willst lohnt sich das wenn es nur eine kurze spielerei ist braucht man vielleicht nicht so ein kurs ja aber wenn du sagst doch das ist meine leidenschaft ich will langfristig damit vielleicht was dazu verdienen vielleicht sogar irgendwann davon leben ja dann kann mir so ein workshop hier definitiv weiterhelfen aber entscheide einfach selbst ob der was für dich ist angebot verlinke ich dir unten in der video beschreibung ich bedanke mich herzlich für deine aufmerksamkeit und wünsche dir viel spaß bei deinem nächsten shooting alles gute ciao ciao ja 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 ja